Musik, Gesang, Lesungen. Auch im letzten Jahr hatte der lebendige Adventskalender aus Ruhrort einiges zu bieten. Aber real ist es doch am schönsten. In diesem Jahr ist es wieder soweit, auch wenn es immer noch nicht ist, so wie früher. Das Kreativquartier Ruhrort gibt als Organisator sein Bestes. Und jetzt ist Heiner Heseding aber erstmal bei uns. Und wir kennen uns schon so lange, wir duzen uns. Hallo Heiner. Hallo Jan. Heiner, gestern war ja das erste Türchen. Gestern wurde das erste Türchen geöffnet. Erzähl erstmal, wie war es? Wie war die Stimmung? Deine Stolperpfanne ist berechtigt. Türchen oder Türchen. Wie heißt es denn wirklich? Wir benutzen beide Begriffe. Je nach Familie ist sowas mal unterschiedlich hier bei uns in der Region. Ja, gestern war das erste Türchen auf dem St. Maximilianplatz. Wir haben ein schönes Türchen erlebt. Und ich habe mich am allermeisten darüber gefreut, dass die Leute auf unseren Aufruf, sich freiwillig ein bisschen zu beschränken, nicht so nah beieinander zu stehen und auch im Außenbereich eine OP oder eine FFP2-Maske zu tragen, sich weitgehend dran gehalten haben, sodass wir denken, dass wir dann freudenfest, auch ohne Reue diesmal wieder erleben können. Ja, super. Also da achtet ihr auf jeden Fall auch drauf, dass alle Hygieneabstände auch eingehalten werden. Da wollen wir natürlich auch darauf hinweisen. Aber was war es genau? Was habt ihr da gestern erlebt? Ja, gestern haben die Kinder von St. Maximilian, also von der katholischen Kirche, haben eine Aufführung gemacht. Sie haben musiziert, sie haben Gedichte vorgetragen und das war ein ganz, ganz toller, stimmungsvoller Auftakt. Sehr schön, das hört man sich auch gerne an. Trotz all dieser Maßnahmen, die du gerade schon erwähnt hast, wie ist da generell, also beschreib uns gerne mal so die Stimmung. Ist es so unbeschwert wie noch im Jahr 2019 oder ist trotzdem noch so eine leichte Ungemütlichkeit da? Wie ist es genau? Seit der Ruhrouter Bürgerverein und wir da in der Planung waren, eigentlich beschleicht uns andauernd so das Gefühl, dass wir nicht richtig wissen, ob das so alles richtig ist, was wir da versuchen auf die Beine zu stellen. Auf der anderen Seite muss man jetzt langsam auch mal sagen, wir haben eine relativ gute Impfquote erreicht. Und wenn wir den Leuten empfehlen, kommt bitte nur, wenn ihr geimpft seid, dann sollten mittlerweile auch Veranstaltungen gerade im Außenbereich und dann, wenn man nicht gerade so eng aufeinander hängt, wie das vielleicht in manchen Fußballstadien der Fall ist, sollte man die eigentlich inzwischen erleben können, ohne dass man da hinterher böses Erwachen erlebt. Und ihr seid ja schon freiwillig 2G. Jetzt nach den neuen Bestimmungen von Bund und Ländern dürftet ihr da eigentlich auch keine Bedenken haben, oder? Nee, wir fallen ja im Prinzip unter private Treffen, die wir da haben. Die sind mittlerweile im Außenbereich bis 200 Personen genehmigt. Und da gilt 2G. Das werden wir nicht hinreichend kontrollieren können, weil die Leute kommen zusammen und sind nach einer Viertelstunde wieder weg. Wenn wir da eine Kontrolle machen würden mit Absperrungen, dann wären wir wahrscheinlich einen halben Abend beschäftigt. Aber wir setzen darauf, dass die Ruhrorter sich fair und ehrlich verhalten. Und das funktioniert, da bin ich sicher. Das wollen wir auf jeden Fall auch hoffen, denn Gesundheit geht natürlich auch vor. 24 Türchen an 24 Tagen an 24 Orden. Das ist, glaube ich, so zusammengefasst euer Konzept. Und wir haben ja mit deinem Kollegen Dirk Grotstollen, du hast es gerade erwähnt, vom Ruhrorter Bürgerverein, vor ein paar Wochen ja auch hier im Studio gesessen. Und da hat er erzählt, es ist natürlich ein bisschen schwierig momentan, also damals, ja Leute zu finden, die mitmachen. Vielleicht nochmal ein Wort von dir. Wie schwierig war da auch die Zurückhaltung? In den ersten zehn Jahren war es eigentlich so, wenn wir die Liste, anfangs war das so, dass die am 1. Oktober ausgelegt wurde, dann war die Ende Oktober voll. Und dann konnte man anfangen, den Flyer zu produzieren. In diesem Jahr war es doch eher so, dass wir nach dem Monat, Ende Oktober, also nach den Herbstferien, da noch ziemlich viele Lücken drin hatten. Dann hat es bei einigen Leuten ein bisschen Überzeugungsarbeit gebraucht. Andere haben sich noch freiwillig gemeldet, nachdem wir nochmal einen Aufruf gestartet haben. Und so ganz am Ende haben wir dann zwei, drei Türchen auch selber vollgemacht. Deswegen taucht die Adresse Neumarkt 19 relativ häufig auf. Wobei das nicht unbedingt dann bei uns, also am Laden, das Plus am Neumarkt stattfinden wird, sondern wir haben die Nachbarn dann auch noch mit ins Boot genommen und verteilen da jetzt einiges. Aber der Neumarkt ist ein schöner, großer, offener Platz. Es wird draußen sein. Teilweise wird aus den Läden heraus die Gestaltung passieren. Aber draußen hat man auf jeden Fall gut die Möglichkeit, sich zu verteilen. Ja, also das jetzt an den 24 Tagen sozusagen, jetzt nur noch 23 Tage, alles möglich. Und du sagtest gerade Nachbarn, denn heute findet das zweite Türchen genau neben euch statt sozusagen. Genau, seit einigen Wochen hat der Veit Overdick in der Hausnummer 21 ein Schaufenster belegt und bietet dort als Pegel 780, so wie er seinen Laden nennt, abgecycelte Möbelstücke an. Die sind ganz interessant, da sieht man so einen Kanonenofen, der zu einem Barfach wurde oder auch eine alte Nähmaschine, die heute ein Waschtisch ist. Also der ist schon sehr interessant und da haben wir gedacht, da müssen wir auf jeden Fall ein Türchen reinmachen. Es wird dann sein, dass die Gestaltung im Laden passiert und da ist auch gut beleuchtet dann und das Publikum steht draußen. Alles wird tonmäßig gut übertragen, sodass jeder mitkriegen kann, was passiert. Und da gibt es dann heute die Überraschung im Türchen 2 und genau, plus am Neumarkt ist vielleicht da das richtige Stichwort, denn eure Projektförderung für das Ladenlokal läuft derzeit aus. Und da macht ihr dann während des lebendigen Adventskalenders auch eine Spendentombola. Wie sieht die genau aus? Ja, wir haben die Projektförderung für dieses Jahr vom Land NRW erhalten und haben uns dann über das ganze Jahr schon überlegt, was machen wir denn weiter hinterher. Weil den Laden wollten wir eigentlich nicht wieder hergeben. Der hat so eine schöne Atmosphäre und bietet so gute Möglichkeiten, die wir in diesem Jahr teilweise nur sehr ungenügend ausnutzen konnten, weil wir viele Lockdown-Zeiten dazwischen hatten. Und dann haben wir uns eigentlich schon eine ganze Zeit damit beschäftigt, wie wir die Finanzierung für ein weiteres Jahr hinkriegen. Sind da von einigen öffentlichen Stellen und auch aus der Wirtschaft schon gut unterstützt worden. Aber es gibt immer noch Lücken. Da treten jetzt teilweise einige Privatleute in eine Art Crowdfunding mit rein. Und ein Baustein davon ist auch unsere Spendentombola. Ja, die Künstler, Künstlerinnen, die in diesem Jahr mit beteiligt waren, haben uns 50 Preise zur Verfügung gestellt. Das geht da von einer CD über ein Buch oder irgendwelche Postkarten bis hin zu einem Original-Öl-Gemälde, was extra zu diesem Zweck entstanden ist. Acryl-Gemälde, sorry. Und das verlosen wir und verteilen 500 Lose je zwei Euro. Und 50 zu 500 sagt, 1 zu 10 ist die Gewinnchance, jedes zehnte Los gewinnt. Bei zwei Euro unterstützt man uns. Wenn wir das Geld zusammen haben, ist das fast eine ganze Monatsmiete, die wir wieder zusammengekriegt haben. Super. Also eine ganz tolle Aktion bei einer noch tolleren Aktion sozusagen, dem lebendigen Adventskalender. Alles für einen guten Zweck. Die Royal Ranger, Ruhr-Otter-Fahrtfinder-Gruppe in der Christengemeinde, die werden damit nämlich unterstützt. Und ja, das ist ja schon Anlass genug, da mitzumachen bei euch und natürlich die ganzen Türchen, die wir da erwarten können. Und dann danke ich dir für dieses Gespräch, Heiner. Heiner Heseding vom Kreativquartier Ruhr-Otter. Heiner Heseding vom Kreativquartier Ruhr-Otter. Vielen Dank.